Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück hier bei The Division. Ich bin hier gerade noch im Inventar. Wir haben eine verbesserte AUG bekommen und wir haben aber auch eine G36 Militärversion bekommen. Die ist zwar dieselbe Stufe wie unsere. Die AK. Moment ey, vergleiche ich das gerade mit der AK? Das ist ein Sniper. Dann würde ich sagen, nehmen wir die G36. Müssen wir bloß hier alle Mods entfernen. Oh, guck mal, und da sieht man auch direkt, dass alles besser ist als das, was wir haben. Die G36 war bloß nicht so präzise wie die AK. Was ein Witz ist. Das ist ein absoluter Witz. G36 ist deutlich präziser als eine AK, aber ist okay. Schaden pro Schuss? Bei der AUG halt höher. Aber die G36 schießt schneller. Mit dieser Waffe wird die Rüstungsdurchdringung um 15% erhöht. Wir nehmen mal die AUG. Nein, wir nehmen die G36. Leck mich am Arsch, wir nehmen die G36. Ein bisschen Präzision hoch. Mobilität. Mobilität, Präzision. So. Und dann noch ein schickes Magazin ran. Magazin Größe und Crit. Oh. 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 Schmeißen wir den Rest mal weg. Das brauchen wir auch nicht hier. Zack, haben wir das alles. So, und dann können wir, wir sehen hier oben leuchtet auch auf, dass wir Sicherheitsflügel aufbauen können. Ich würde aber tatsächlich jetzt erstmal den zweiten Einsatz hier machen. Beobachte die südliche Verteidigung. Reden wir über die Grand Central. Grand Central Station. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert. Der Kontrollraum ist etwa 500 Meter weiter an der östlichen Seite. Wenn Sie die Geschütze abschalten, wird der Großangriff beginnen. Gute Jagd. Gute Jagd auch dir. Agent, ich habe einen meiner Leute abgestellt, um sie durch den Tunnel zu führen. Wenn Sie drin sind, schalten Sie die Geschütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von Ihnen ab. Ja, so ist es ja auch. Ist das so schlimm? Von mir hast du es nicht, aber... Ja, ist es. Gebetscheid zaubern. Alarm. Empfange Funkmeldung. Titan, ihr Viper One, kommen! Ich höre, Viper. Melde Gewehrfeuer im Bahnhof über uns. Viper Two antwortet nicht. Position halten, Viper One. Wir schicken Verstärkung. Oh, die schießt aber gut, die Waffe. Gefällt mir soweit. Wir hätten uns wahrscheinlich auch die Zeit nehmen sollen. Mal in Ruhe Vorräte aufzustocken. Alles, was wir für den Boden tun können, von Zugangstieher. Sparen Sie haben uns zum Bedeutungen. Wenn Sie einen Bedeutungen haben, kommen Sie noch aufzusto. Das ist ein Bedeutungen! Dann müssen Sie einen Bedeutungen anziehen. Ich bin ein Bedeutungen anziehen. Ich bin ein Bedeutungen anziehen. Das ist ein Ab sağher. Stelle auf JTF-Funkverkehr um. LMB-Scouts haben den Strom vorgelegt. Ihr könnt jetzt zum Terminus vorrücken, wenn die Geschütze ausgeschaltet wurden. Verstanden. Halten Sie die Stellung, Sergeant. Lasst nicht zu, dass ihr die Stoffe spürt. Okay, der ist wohl tot, der da hängt. Kann ich auch. Lasst nicht zu, dass ihr die Stoffe spürt. Komm, du! Komm, du! Ich lasst nicht zu, dass ihr die Stoffe spürt. Okay, der ist in den Tunnel da gegangen. Komm, du! Komm, du! Lasst nicht zu, dass ihr die Stoffe spürt. Komm, du! Nice. Empfange Funkmeldung. Tyson, hier ist Wipers 3. Wir haben Feindkontakt am südlichen Munitionslager. Ich greife jetzt an. Okay, all right. Das richtige Scheißmusik wieder lief. Okay, Leute. Gibt es hier irgendwo Munition für uns? Okay, wahrscheinlich den Stockwerk tiefer, so wie es aussieht. Okay. Was zum Teufel war das? Die Stoffe, alle Mannen! Agent, im Kreuzfeuer ist eine Gasleitung rumgegangen. Wir haben keine Zeit mehr. Schalten Sie sofort diese Geschütze aus. Ich kämpfe quasi blind, Alter. Ich kämpfe quasi blind, Alter. Boah, die Waffe ist gut, Alter. Tatsächlich nicht so präzise wie die AK. Aber hat eine höhere Schussfolge. Und macht natürlich deutlich mehr Schaden, einfach weil sie natürlich ungefähr unserer Stufe entsprechend ist. Oh, Tränengas. Kann man sagen, was man will? Das ist schon geil gemacht. Holy fucking shit. Alles gut. Alles gut. Telefon. Ich seh dich. Hier bin ich. Straßensperre. Was ist diese Straßensperre? Das haben wir seit Anfang des Let's Plays. Steht da immer Straßensperre. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet. Herr Schütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut? Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat sich jemand zurückgeschafft? Megadien, Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Oh! Oh, shit. Das war vielleicht... Ja. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat sich jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Kleinen. Ja, nicht. Claro! Du bist zufrieden. Hallo! Hallo? Jetzt ist er los! Fick... Du Ficker! Ich hab einfach mal einen Granatwerfer, du Ficker! Von der Explosion ausgeschaltet, Team Viper auch! Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ! Riley ist unterwegs, um nachzusehen! Ziel ist hinter Deckung! Du schaffst das! Ich das Ziel! Feiere! Du schaffst das! Fick dich! Boah, ist das schwer zu steuern, das Teil, Alter! Ich glaube, werdens тех ist habe, ihn shorten uns! Nur das andere wirds Breaking Maul! Ein Bafar jest! yourla... ól luft das war ein fehler von ihm oh boy boah habe ich mich gerade erschrocken blöde alte die verstärkung ist unterwegs lasst euch zeit muss jetzt nicht sein keine munition holly shit so Okay. So macht man das. Vorsicht! Wir kämpfen gegen Söldner? Gehen Sie weiter so! Sieht sie weg! Sieht sie alle auf! Ja, die sind gut! Mit! Mit! Ach! Ach! Oh, oh! Oh, oh! Zumindest haben wir diesmal ein bisschen Support. also wie viele das einfach sind der sniper muss weg ist das geil, das ist richtig geil, alter oh gott was denn, hast du schiefst, dann drüben Hier ist ein Elite-Snyter, Alter. Das ist wahr. Bleiben Sie nach Einbruch der Dunkelheit im Haus. Ich habe ein paar Granaten raus. Wie kann der denn mit der Granate mich treffen, wenn ich in so einem Teil drin bin, wenn er oben drauf wirft? Weißt du, wie ich meine? Aber hey. Survive me. Was weiß ich schon. Ansonsten wäre ich ja ausgewichen, weißt du? Aber da ich davon ausgegangen bin, von oben kann uns nichts treffen. Okay. 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 älter Achtet auf die rechte Seite! Klasse Schuss! Geben hier meine Schuss! Söldner stehen nicht in meinem Vertrag! Wählt eure Ziele! Wir kämpfen gegen Söldner? Ist krass, wenn der Anführer ein Sniper ist, alter, der macht dann natürlich Ultraschaden Das LNB weiß, was es tut! Ja! Die Jungs wissen, was sie tun! Oh, ja! Scheiße! Alles in Ordnung! Los! Wir stehen Profis gegenüber! An alle! Verstärkung des LNB sind zu Ihnen unterwegs! Beziehen Sie Abwehrstellung und graben Sie sich ein! Ziehen Sie Abwehrstellung? Beachtung! Feinde im Anmarsch! Deckung suchen und eingraben! Nur einnehmen, was wir auch halten können! Verstanden! Ja, es klappt! Not anwärts! Bescheid was schon lebt! Wir machen eine Chance! Wir haben eine Chance! Ja, wir fahren sie zurück! Das wird die bis jetzt in Ordnung! Schlagst du denn? Aber, was ist das so schwierig denn? Ich muss hier runter, Alter. 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 Alter, das ist nicht dein Scheißernst, oder? Ich muss hier runter, Alter. 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 Ich muss hier runter, Alter.